Wir haben nicht mehr genug Mais? Echt jetzt? Ich mein, wir haben es angepflanzt und so. Und ich weiß, es gibt hier in der Welt eine Ecke, da kann man UNHWAHRCHEINLICH viel Mais bekommen. Achso, ich wollte eigentlich mal mit dem Mini-Bike anfangen. Fällt mir dabei ein. So, dafür brauche ich Scrap-Kabel, das ich nicht habe. Dafür brauche ich Cotton, aber das ist das kleinste Problem zu bekommen. Den Rest mach ich eh nicht hier, toll. Den Rest mach ich in der Forge und so. Bau das doch einfach mal. Okay, soviel zum Thema. Ich spar mal Platz. Wird ja eh nix. Wohin in der Zwischenzeit? Ein bisschen Cotton aufsammeln zum Beispiel. Hätten wir das auch schon mal erledigt. Hätten wir das auch schon mal erledigt. Hatte ich hier schon Cotton drin, oder? Ich hab nämlich... Irgendwie hat's scheinbar... Ach nee, ich hab's... Ah, jetzt... Ja, ich seh's. Alles klar, danke. Ähm... Naja, Futter ist es... Ja, indirekt... Building. Hm... Machen Neues. Schade. Äh... So. Könnten nach Osten rennen. Um, äh... Polizeistationen und so. Äh... Osten wäre da. Ah... Weil dann könnten wir vielleicht noch ans Scrap-Cable kommen. Hätten wir quasi, äh... Demnächst sowas wie ein Minibike. Zwar kein gutes, aber immerhin. Für den Anfang... Ist auch nicht so gutes genug. Aber das hier schon wieder... Äh... Leerzeug ist doof. Ich mein, es kann durchaus sein, dass es so knapp... Äh... Äh... So kurz her ist, dass wir da waren, aber... Hm... Ich mein, eigentlich ist es ein paar Tage länger her. Ah, wir sehen's bald. Gut, wissen wir das schon mal. Fällt mir ein. Rezeptmäßig. Ja, wir können die Exploding Crossbow Boats machen. Scheiße. Äh... Wollts doch eigentlich schon vor 27 Episoden... Naja, nicht ganz, aber so vor 3 oder 4... Eigentlich schon mal gemacht haben. Deshalb hab ich so... Gelacht. Äh... Weil wir haben alles, was wir brauchen. Was zum Henker? Äh... Das Cornmeal hätt man zwar können brauchen, aber so lohnteswert ist es dann auch nicht. Mist. Och, ist doch nicht wahr. Alles leer. So eine Scheiße. Äh... Ist das doof. Aber... Irgendwie... Ähm... Da. Wenn ich mich richtig erinnere, da. Da. Was von hier aus Nord-Nord... Äh... West wäre. Nicht Süd. Da wäre Nord-Nord fest. Also... Da lang. Da. Hallo, Auto! Da möchte ich ja mal kurz reingucken. Ich lasse das mal unkommentiert und gehe einfach. Okay, nee, eigentlich ist es dann von hier aus eher direkt westlich. Also quasi auf dem Heimweg? Echt? Als wäre Nordwest-West gewesen, nicht Nord-West. Klar. Wurscht. Hey, du! Nein, ich meine nicht dieses Haus. Hier war doch eigentlich mal ein Militärstützpunkt. Irgendwo. Hm, naja. Was denn? Mö, mö, mö? Sag doch nicht sowas, Lilly. Bin auch sensibel. Der war hier mitten in der Pampa also eigentlich. Oder ich erinnere mich falsch. Oder die Möglichkeit besteht. Das ist aber nicht, was wir mit dem roten Wegmarker gemacht haben, oder? War das nicht eigentlich eher, äh... Was anderes? So. Hilfe, da haben die ein Loch gebuddelt mäßig. Ja, was? Aua! Aua! Hm. Doof. Total doof. Also, das wär zu... Wenn ich dich nicht mitnehmen würde, da würde ich mich ja ärgern. Ah! Puh. Dann zerlege ich dich noch mit dem Hammer. Nein, Quatsch. So Blödsinn macht man nicht. Ich könnte nur das Huntingknife brauchen. Ja, geil. Gut, hier hat keiner was geändert. Da hat keiner drauf eingeschlagen oder so ein Quatsch. Okay. Ähm. Da bitte. Ja. Schade. So, ich brauch ein bisschen... Hello. Aber nicht gleich alles. Komm, 800 müssen reichen. Dann brauch ich Schießpulver. Und ne geschlossene Tür. Danke. Ein Hund, der mir dann in den Arsch beißt, das brauch ich jetzt nicht. Das dauert ein bisschen, aber wir können ja schon mal anfangen. Achso, wir müssen den komplett neu bauen. Ah, Dreck. Komm, mach mal 250. Den schrotten wir nochmal. Dann fangen wir jetzt einfach nur... Duct Tape. Oh, Mann. Das heißt, wir sollten langsam mal mit der Leimherstellung anfangen. Falsch. Falsch. Richtig. Gut, das wird ein bisschen wenig. Wir sollten uns dann wieder angewöhnen, Wasser mitzunehmen. Habe ich so das Gefühl. La, la, la. Packen wir das Zeug jetzt mal wieder weg. Klick. Ich habe die noch nie ausprobiert. Noch nicht. Wurde im Regen, ich weiß nicht. Gefällt mir jetzt schon. Na, das ist mal... So, haben wir hier irgendwo Zombies? So Hunde oder so. Ich könnte mal nachladen. Ach, Mann, ey. Wozu habe ich sie denn gefunden? Okay. Keine Zombies? Echt nicht? Doch, ich weiß, wo welche sind. Äh, da. Ich glaube, so bis Tag 49 durchzustehen sollte das kleinste Problem sein. Fällt mir jetzt so gerade nebenbei ein. Ah, die Richtung war nicht ganz falsch. Oh, ich weiß nicht. 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 Schade. Moment.